willkommen zurück zu dragon's dogma dem spiel in dem mehr als nur ein herz schlägt ein spiel brauchst nicht blöd fragen was das ist so ein depp ey ja und wie erwartet hier auf der anderen seite ist auch noch mal eine schöne kiste ich will aber endlich einen neuen bogen haben es kotzt mich ja schon leicht an da ich hier kein habe immer noch wenn ich das war jetzt auch wenn es sich so angefühlt hat war das ein sehr großer akt im spiel und wenn ich jetzt nicht neue sachen im beim waffenhändler und so habe dann raste ich schlecht aus jawohl ich habe neue deutsche aber weil nicht runter aber das war es auch schon ich brauche ich die wort noch tatsache wird auch mal gerne wissen was da überhaupt drin steht hier kann ich wieder das kaputt machen ich habe noch nie solche tränke benutzt noch nie ich glaube bei dem aller allerletzten boss habe ich mal kurz reingeschnuppert und mir versucht so einfach mal alles möglich zu buffen das werde ich auf jeden fall auch machen wenn ich das hier in dem let's play mache damit das gut wie möglich durchgeht ach und noch eine truhe hier ist die stelle wo wir nicht durch konnten weil so ein billiges brett davor war ich weiß gar nicht wieso lauf ich überhaupt noch lang ich habe irgendwie überlegt ob ich noch irgendwas vergessen habe hier das hier das werde ich nicht an diese stelle machen weil ich werde dann nur noch einmal hingehen deswegen werde ich das da nicht hin machen wäre irgendwie schwachsinnig wegen einmal dorthin dann das nur mal zu machen ich werde das an anderen stelle machen wenn ich da das nächste mal bin ich denke ich eigentlich brauche ich mehrere davon einmal bei der schatten feste brauche ich einen da brauche ich da bei diesem anderen lager brauche ich da nochmal einen und eigentlich auch hier hinten aber mal sehen ja aber die was einen auf der straße sind meistens voll scheiße ist hier wieder einer respawn den ich irgendwie aufheben kann ne schade gibt es eine neue aufgabe nein auch nicht ok dann geht es weiter werde ich erst mal das alles werde ich erst mal das lagern naja die quest habe ich ja noch nicht erfüllt da will ich ja noch ein bisschen gnädig sein verwaltung des lagers einlagern ich würde einfach mal sagen alles sechs stück habe ich gefunden und noch ein paar davon und sieben davon Unmengen ich werde den glaube ich noch mal entlagern aber ich will noch mal kurz gucken wieviel die wiegen so 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 und so ich sage ja nachher ergreifend eine schütter das kann ich einlagern das kann ich alles weg machen und das alles auch da brauche ich nichts von oh und so wie heißt die eigentlich ach Saphir ich wollte mal Saphir sagen aber aber ich ist ja noch nicht mannsatzweise richtig so das ist auch noch alles muss ja auch gemacht werden oh MZ aber da ist hier sowas für verdammt heiß und PC wird sich bestimmt gleich nochmal aufhängen ui so dann der Kleid so und das alles nochmal und das alles und das auch noch und ich habe es endlich geschafft oh jetzt kommt wieder die Meldung vom PC äh vom Fernseher dass ich ähm zu lange nichts gemacht habe ähm ich habe vergessen weil ich ihn holen wollte und wie ach da oh das wiegt aber schon ein bisschen ich nehme es aber trotzdem mit ich nehme es aber trotzdem mit all diese Arbeitern gehen über ihre Business wie leidlich so auch wenn ich jetzt riskiere dass es nochmal passiert irgendwie zeigt der aber hier woanders hin ne zeigt richtig so dann nochmal hier lang ich glaube ich bekomme dann auch eine richtig fette Belohnung oh bitte 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 ja was allen haben keinen Zug getreten in diesem Schloss bla 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 aber nachschlössert da ich euch alle fertig mache ihr Kackboons sind eigentlich schon vier Tage rum wegen der anderen Quest ich hätte irgendwie jetzt mehr erwartet dort oben wird eine Quest angezeigt was wird denn da angezeigt was wird denn da angezeigt der hier hallo ich habe jetzt irgendwie gar nichts bekommen außer 25.000 xp aber das hätte sich auch in den Arsch schmieren können Moment 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 den Beweis den kann ich doch abgeben oder nicht du hast dich zu befreien mach dein Wahl ich würde die Materie die Ingram Jo gut du hast dich hier gebracht es gibt Zeit so mehr Beweise gebe ich dir aber nicht lalalalalalalala weil die Queste gibt mir eigentlich sowas von am Arsch vorbei Boah wie viel auf der Karte angezeigt wird lesst dich wenn du jetzt gehst hm 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 oh hier ist ja gar keiner B w äh ich mach mal die quest da weg die geht mir auf den sack aufträge zwei tage noch so da wird mir zumindest nichts angezeigt moment ich will mal kurz gucken ob der skelettschlüssel wieder da ist er müsste jetzt eigentlich gespawnt sein ich könnte ihn auch einfach beim dealer meines vertrauens glaube ich kopieren aber da bin ich mir nicht so sicher dass auch wirklich geht auf jeden fall gehe ich jetzt erstmal zum waffenhändler und gucke und hoffe und hoffe und hoffe dass er neue sachen für mich hat neue sachen für mich hat hat sich noch mal kurz gucken ob ich irgendwas habe dass ich moment also doch jetzt gibt es noch das kann ich verbessern vor allem 5 mehr stärke das müsste eigentlich auch bei drei verwässerungen mehr als zwei stärke abgeben und bei dem genau das gleiche wird es nachts oder ja ja es wird macht sind der tagsüber hergekommen so ich will darauf hoffen dass eine neue sache für mich hast ja das sieht schon gut aus da steht neu ja bei dem gab es schon mal eine neue kommt ja hier oben die waffe die habe ich doch auch schon und hier gibt es auch nur scheiße super nur noch nichts neues okay dann verbessere ich wenigstens meine sachen wasser sehr großer greifenklaue habe ich nur eine man aber 21 geht es noch mal hoch das ist mir nicht wert habe ich da habe ich davon spiel das mit dem kack greifen das ist nice so und das hier wird ja auch besser sein zwei abwehr drei abwehr drüge der schrift flügel habe ich noch gar nichts von unsägliches fleisch ja ok und der rettermann kann ich voll aufrüsten da weiß ich aber auch nicht ob das dann so das gelbe vom eis ah warte ich bin noch nicht fertig mit verbessern der hier der kann hier noch riesch riesch damage rausholen und der magier hudo der magkappe der braucht aber verdammt hartes zeug hartes zeug uiuiui hm wer darf ich denn 5 von 5 wow ne kann ich dann hier den ne aber ich kann mich jetzt neu ausrüsten das definitiv ne ne ja 5 mehr abwehr magische abwehr ist mir nicht so wichtig und dann noch 5 stärke dazu tschuldigung 5 stärke dazu das ist schon das schick und hier hört sich alles außer der schlackwiderstand ja und die fähigkeiten da unten die sind mir ja nicht so wichtig auch wenn es dann nur 10 mehr magie und 1 mehr abwehr ist aber ist ja auch was und dann das hier 2 mehr abwehr 2 weniger davon 1 da hm 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 da würde ich jetzt mehr so ähm auf das hier tendieren weil das aber schicker aussieht als das hier hm 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 tut mir leid ne nicht mit mir das weiß ich gar nicht was ich machen kann ich muss ja jetzt die 2 tage irgendwie abwarten hm mh mh dann penne ich hier jetzt einfach durch lager hier noch meine sachen ein und dann werde ich einfach die sachen durchpennen So, das nochmal schön lagern und das hier, es gibt bestimmt auch wieder schön Kohle. Das kann ich ja nicht tragen, das habe ich gewechselt, das habe ich gewechselt und das will ich dann doch nicht mehr tragen. Oh, ich bin wie der Frau. Ja gut, der wiegt nur einen, den kann ich ja die ganze Zeit mit mir rumtragen. Gut, und der Rest, der wird nichts haben. Hm, ich will mal kurz bei der Laufbahn was gucken. So, das war's auch schon. Ich könnte eventuell noch magischer Bogenschütze versuchen. Aber, finde ich jetzt nicht so ansprechend. Ob es zum nächsten Morgen, penne ich erstmal durch. Wärser hat wieder was Schönes für mich. Wow, eine ganze Möhre. Hoffentlich hast du dich damit überarbeitet. Aber wichtig sind mir die Punkte, die ich dabei bekomme. Und noch mal einen Tag vertraut. Irgendwann hab ich das Gefühl, da ich wieder totale Überlänge habe. Ja, entwenig. Dann werden wir uns mal das Questende in der nächsten Folge sehen. Bis dann, tschüss.